ja hallo liebe youtube freunde also erst mal willkommen im neujahr das ist mein erstes video dieses jahr und ich habe gedacht ich nehme euch jetzt hier einfach mal mit ich bin jetzt gerade mit 624 unterwegs gewesen und da ich dieses jahr noch kein video gemacht habe habe ich gedacht ich mache jetzt mal schnell ein video und erzähle euch jetzt einfach mal ein bisschen so mein fazit nach einem jahr 624 ja also da fangen wir mal an ja ich kann eigentlich über den 624 so gar nichts schlechtes sagen also wirklich das einzige was ich sage kann ist das ist ein super schlepper man merkt dass der halt die 844 einschutzpumpe drin hatte sieht man ja dass der eine neue pump drin hat hatte die große pumpe vom 844 drin dementsprechend hat er auch knapp 7 ps mehr wie original also ihr könnt euch ungefähr ausrechnen dass der über 70 ps hat und das merkst du auch gerade wenn so wie heute relativ kalt ist unangenehm ist beim 844 zum beispiel war es immer so wenn du in so einem wetter wie heute kalt nass der berg hochgefahren bist du hast du echt gemeint du hast einen anker hinten dran und das ist bei dem eben einfach nett der läuft einfach der zieht volles rohr durch und da bin ja wirklich sehr sehr zufrieden mit dem schlepper ja ich bin jetzt hier auf einer unserer wiesen und habe immer noch den wehkobel dranhängen weil der wehkobel wenn es bei uns jetzt wirklich mal schneiden sollte mache ich den nachbarn damit die straße ein bisschen frei dass die weil mir ziemlich am berg wohne dass die nachbarn halt einfach mit ihren autos rauskomme aber bisher war er nur zwei mal im einsatz dieses jahr ja was mir besonders gut gefällt ist an dem 624 eben die servolenkung wo er seine schwachstellen hat ist vermutlich durch diesen 23 wegehahn den ich umlegen muss um entweder hinten zu kippen oder vorne die lenkung weil die lenkung ja priorität hat muss ich quasi diesen hebel immer wieder umlegen jetzt jetzt quasi hätte volle leistung hinten auf der auf der hydraulik zum kippen und so steht er jetzt quasi einfach nur auf servolenkung auf servolenkung und normale hydraulik ja ansonsten gibt es eigentlich zu diesem schlepper net groß irgendwas negatives zu sagen das einzige was mir negativ aufgefallen ist dass ab und zu mal die hydraulik bockelt das vermutlich liegt auch an diesem 23 wegehahn ich vermute dass es schwer daran liegt weil es ist so wenn du ihn ausmarsch dann geht sie wieder normal und wenn du eine weile gefahren bis mit ihm macht die hydraulik hoch dann braucht er extrem lang bis dass sie aushebt das ist schon extrem die sinkdrossel da unten das seht ihr hier das ist ja die sinkdrossel dieser hebel den habe ich ganz oft gedreht also daran kann es nicht liegen ich vermute eher dass das wie gesagt an diesem ventil da unten liegt ja den weghobel habe ich euch im letzten video erklärt da habe ich jetzt hier den dreck wegschoben hier ist wohl einer mit seinen schafen drüber was ich eine riesensauerei finde und man kann vorher frage ich mein gut jetzt liegt überall die scheiße da drin die wird ja beim wiesen ecken wird ihr verteilt aber es muss trotzdem nicht sein dass man hier einfach ungefragt auf wiesen drauf geht aber naja ja ansonsten hoffe ich das video hat euch wenigstens ein klein bisschen gefallen ist halt heute mal ein bisschen was anderes und falls euch das video gefallen hat lasst mir immer einen daumen nach oben da lasst mir ein abo da wenn es euch gar nicht gefallen dann lasst mir auch einen daumen nach oben da ja ganz kurz so eine eigene sache ja ich will den eigentlich dieses jahr ich wollte eigentlich schon letztes jahr streichen also nicht lackieren sondern mit dem pinsel und rolle streichen aber irgendwie ihr wisst ihr wie das ist kommt immer irgendwas dazwischen und immer ist irgendwas oder war irgendwas und von daher hat das ganze eigentlich noch priorität und ja aber das wird dem nächsten auch irgendwann passieren ob es dieses jahr noch passiert weiß ich nicht aber spätestens nächstes jahr ist er dann hoffentlich rot weiß frisch gestrichen ja in diesem sinn liebe youtube freunde danke fürs zuschauen